Wenn Organe beginnen zu zwicken, hat das eine Ursache. Wir sind also stark im Energiecoaching bei chronischen Problemen. Was genau ist ein Energiecoaching? Gute Frage. Du bist eine Energieform, die es sonst nur einmal gibt. Du bist einmalig. Einverstanden? Und alles ist Energie, das wusste schon Einstein. Doch wie kannst du Energie wahrnehmen und fühlen? Gleich eine Übung für dich vorweg, damit dein Interesse ein bisschen geweckt ist. Reib mal die Hände hier und fühl mal zwischen deinen Händen mit geschlossenen Augen die Energie zwischen deinen Händen. Und stell dir mal vor, du hättest einen Energieball und plötzlich spürst du einen Widerstand. Also lass dir hier auch Raum und Zeit vielleicht einmal diese Übung allein zu machen. Und du wirst feststellen, hier fühlt sich Energie an. Wow. Cool. Hast du toll gemacht. Wenn du dich jetzt selber ranzoomen würdest, zack, noch tiefer als die Haut, noch näher und du würdest alles noch verkleinern, dann weiss man, irgendwann bist du auf der Quantenebene angekommen. Das ist Quantenphysik. Das sind Atome und Elektronen und das ist eine ganz andere Form. Und du schwingst im Prinzip in diesen Atomen und Elektronen und alles schwingt in dieser Ebene. Und wenn du jetzt ein Atom so groß machen würdest wie ein Fussball, dann würden die Elektronen um den Fussball kreisen, 10 Kilometer weit entfernt. Wow. Und was ist denn zwischen diesem Fussball und den Elektronen drin? Nichts. Doch. Energie. Energie. Und ich habe das Gefühl, dass deine Gedanken hier eine große Ansage haben, was dazwischen ist. Das ist der Raum der Möglichkeiten. Und hier kannst du über die Quantenphysik eben Selbstheilung anstoßen. Und wir machen nichts anderes, indem wir unsere Gehirnfrequenz reduzieren. Und so können wir eingreifen auf diese Ebene, der Quantenebene. So kannst du dir das ganz einfach erklären, wie man eben Selbstheilung anstoßen kann im Energiecoaching auf der Quantenebene. Das heisst, mein Geist fokussiert sich auf etwas und der innere Fischschwarm der Energien beginnt sich zu wenden. Braucht Übung, aber wir haben das duplizierbar gemacht und das ist das Phänomenale. Hat vieles mit deinen Emotionen zu tun. Und du kannst sicherlich verstehen, wenn wir gestresst umherhetzen, haben wir wohl eine andere Emotion, als wenn wir verliebt sind. Und deshalb ist es unglaublich. Ein Verliebter, der wird meistens auch nie krank. Der hat so eine innere Armee von Gesundheitshormonen. Und ein Gestresster, der muss schon wieder vielleicht ein Fiebermesser halten oder ein Medikament nehmen, um eben gesund zu bleiben. Also wir Menschen sind aus Energie. Es gibt die sieben Hauptschakren, die auf unser System greifen. Deine Gedanken steuern diese Schakren auf oder zu. Gestresst geht es zu, entspannt geht es auf. Und diese Schakren, die sieben Hauptschakren, die mehr die chinesische traditionelle Medizin für sich kennt, die bedienen wir auch im Energiecoaching und lösen so Selbstheilung an. Die Schakren sind verbunden mit deinen Organen und so bist du ein wundervolles System. Nebst vielen Nebenschakren, wie eben die Handflächen, sind auch die Nebenschakren vom Herzen, hast du auch noch Meridiane. Meridiane sind Energiebahnen über den Körper. Das kennt man aus der Akupunktur. Und du hast eine Abstrahlungsenergie, das ist die Aura und du bist noch verbunden mit deiner Seele. Und darüber kann man auch Energien lesen, modellieren, man kann sie abfühlen und das ist das Spannende. Eine weitere Übung, die ich dir gleich hier mitgeben möchte. Geh mal in einen Wald und such dir einen Baum, der abgeschnitten wurde. Schnell findest du wahrscheinlich solche Bäume, die geholzt wurden. Nun aktivierst du wiederum deine Hände und geh mal an den Baumstrunk, also diesen abgeschnittenen Baum und fühl mal dort, wo der Baum nicht mehr ist, aber wo früher der Baum hochkam und dann wirst du die Energie noch fühlen. Du spürst die Energie des Bauers. Kinder lieben diese Übung, weil sie das unglaublich schnell auch fühlen. Du selbst musst die Augen schliessen, dann wird das dir auch gelingen. Was bedeutet das im Umkehr? Nichts geht dir wirklich. Also auch bedeutet, wenn du zum Beispiel irgendeinen Finger nicht mehr hast, was ich dir ja gar nicht wünsche, dann kannst du auch hier Energien abfühlen. Nichts geht dir wirklich. Man kann in einer Kirlian-Fotografie das nachtesten, messen, sehen und jetzt sind wir schon beim Sehen angekommen, wir sehen auch nicht alles. Ja, alles. Der Verstand fokussiert sich oft auf das Sehen, doch wir sehen die wirklichen Dinge nicht. Oder hast du schon mal die Handystrahlen gesehen, der Strom gesehen oder dass dich deine Partnerin liebt? Sie wird dir vielleicht Blumen schenken oder Schokolade, aber ist das der Ausdruck der Liebe? Kann sein. Die Liebe sieht man nicht und ich finde das so wertvoll, dass wir nicht alles sehen. Wir wissen, es gibt Tiere, die nehmen viel mehr wahr. Ultrawellen, Schallwellen und so weiter können wir alles nicht sehen. Wir können es vielleicht fühlen, aber da sind wir schon in einem anderen Modus. Also, Selbstheilung geschieht, wir sprechen hier immer über Selbstheilung. Wenn wir das Quantenfeld in die Heilung anstoßen können, geschieht Selbstheilung. Wir haben gelernt, Schmerzen sind Energie, Bremsen, Emotionen, die dahinter stecken, steuern also das Quantenfeld. Du kannst mit deinen Gedanken auf das Quantenfeld eingreifen in einem Energiecoaching. Bei uns greifen wir, greifen klingt vielleicht ein bisschen grob, wirken wir auf das Energiefeld eines Klienten ein und lösen so mit der Reduktion der Gehirnfrequenz Selbstheilung an in einem Menschen. Wie cool ist das? In unserer Ausbildung haben wir das Duplizierbare gemacht, sodass auch du das lernen kannst. Und da bin ich schon ein bisschen stolz, denn wir haben schon vielen Energiecoaches geholfen, dass sie wiederum helfen können, Menschen glücklich und gesund zu machen. Die Frage ist jetzt ja auch, was bremst denn Energie? Logisch, schlechte Ereignisse in deiner Vergangenheit bremsen die Energie. Also, wenn du ein Kind warst, das geschlagen wurde, angeschrien wurde, wenn du schlimme Zeiten als Kind hattest, dann sind das schlimme Speicherungen in deinem Unterbewusstsein. Man weiss, bis zum sechsten Lebensjahr geht alles ungefiltert in ein Kind hinein. Es kann es also nicht abstoppen, abbremsen, das geht nicht. Und dann kommt langsam der Verstand, mit etwa zwölf Jahren ist der Verstand wach und man kann da ganz klar differenzieren, ja oder nein. Das ist spannend. Also, das heisst, schlimme Ereignisse prägen das Leben. Logisch auch später, wenn wir Kriegsereignisse in uns erlebt haben, wenn wir Scheidungen, Gewalt, einen Unfall erlebt haben oder Dauerstress, kann das Belastungen am Körper auslösen. Konkret, wenn du lange, lange Stress hast, kann das ganz einfach mal Rückenschmerzen geben. Also Rückenschmerzen können vom Stress sein. Warum? Weil sich das Nervensystem zusammenzieht. Es ist im Prinzip sehr einfach. Wenn du Herzschmerzen hast, bekommst du nicht einfach so. Wenn Organe beginnen zu zwicken, hat das eine Ursache. Wir sind also stark im Energiecoaching bei chronischen Problemen. Ich würde sagen, die Schulmedizin ist stark bei akuten Problemen. Herzinfarkt, sonstige Vergiftungen, Brüche gehören unbedingt in den Spital. Schulmedizin, sensationell. Chronische Probleme, da gibt es aus meiner Sicht oft immer eine Ursache. Diese gilt es zu finden, zu lösen, zu entkräften. Und dann beginnt die Selbstheilung in uns zu wachsen, zu stärken, sich auszulösen. Gilt überall, bei allen Krankheiten, immer. Also wenn die Medizin sagt, ist es genetisch, woher kommt denn das? Irgendwo hat es eine Ursache. Und diese Ursache gilt es zu finden, um eben die Selbstheilung in einem Menschen anzuzapfen. So, also das war so die Frage, was ist ein Energiecoaching? Energiecoaching, wir lösen Selbstheilung an über das Energiefeld. Aura, Chakra, Meridiane, wir gleiten durch die Organe, wir können das alles kennen. Und dabei lernen wir auch Energien zu lesen. Also warum gibt es diese Blockaden, lösen die im Lebenskalender auf, entkräften die? Gleich dem Beispiel, wie wenn du Angst hast vor einer Wespe, Biene oder einer Spinne. Da kann ich dir auch sagen, brauchst du keine Angst zu haben. Das geht eben nicht, wenn man Angst hat. Aber wenn man diese Angst entkräften kann und du plötzlich keine Angst mehr hast, das ist cool. Und genau so lösen wir Selbstheilung an, dass eben dein Körper sich erinnert an die Gesundheit und wieder optimal fliessen kann. So kannst du dir etwa das Ganze vorstellen. Auf der Quantenphysik wird hier also Selbstheilung angestoßen. Ich wünsche mir für dich dein für dich bestes Leben. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte es auch können, schau mal in unsere Ausbildung rein. Und wenn du sagst, ich selber bin betroffen, dann schau mal unsere Energiecoaches an. Die helfen dir gerne, damit du dein für dich bestes Leben leben kannst. Und genau das wünsche ich dir. Alles Liebe, dein Bruno.